Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ohne die vielseitigen in- und ausländischen Weichkäse, die man in unserer Molkereeabteilung verpackt oder im Offenverkauf aussuchen kann, wäre eine Käseplatte nicht vollständig und man würde auf einen besonderen Genuss verzichten. Neben den Rotschmierenkäsen, die man schon an ihrem speziellen herben Geruch erkennt, und den bekannteren Blauschimmelkäsen mit berühmten Vertretern wie Roquefort, Gorgonzola oder Gambozola, haben bei uns die Weissschimmelkäse eine besondere Bedeutung. Zu den bekanntesten von diesen Grämungen und meistens auch recht milden Dessertkäsen gehören unter anderem den Brie, den Caprice des Dieux, selbstverständlich auch den Tom oder den Carré Président. Auch wenn die Auswahl jetzt schon gross ist, können Sie in unseren Läden immer wieder neue Dessertkäse entdecken. Als Gobe-Exklusivität offerieren wir Ihnen zum Beispiel den Belle Lettière und den Reverend Gamambert. Zwei ausgesuchte Spezialitäten aus Frankreich, die ich Ihnen bestens empfehlen kann. Viele der ganz grossen Weichkäse kommen zwar aus Frankreich und Italien. Für zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer kommt aber der Gamambert aus Küsnacht an erster Stelle. Und die bekannteste Marke in der Schweiz heisst Bär. Schon 1922 hat das Familienunternehmen Bär AG mit der Weichkäseproduktion angefangen. Eine Pioniertat im damaligen Hartkäsland Schweiz. Inzwischen hat sich Bär zu einem innovativen und umweltbewussten Unternehmen mit 280 Angestellten entwickelt. Mit der Milch aus den saftigen Weiden rund um Trigi werden heute Weich, Streich, Frisch und Halbherdkäse und natürlich den Bär Gamambert Suisse, traditionell halbfett oder besonders cremig als Rahm Gamambert hergestellt. Mit einer historischen Jubiläumspackung zum Aktionspreis wird jetzt der 75. Geburtstag von Bär und die langjährige, erfolgreiche Partnerschaft mit Gobe entsprechend gefeiert. Eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen lassen. Auch Armin Amrain vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock kennt natürlich den Bär Gamambert und hat sich ein Jubiläumsrezept einfallen lassen. Im Anlassen entsprechend natürlich etwas Festliches. Eine Symphonie von Gamambert auf Steinpilz-Risotto. Grüezi miteinander. Einen Topf mit einer halben Knoblauchzehe ausreiben. Dann gehackte Schalotte und aufgeweichte Steinpilze im Olivenöl adünsten. Arborio oder Vialonereis kurz unter fliessendem Wasser abrausen, abtropfen und unter die Schalotte rühren. Einen Timian-Zweig dazu legen. Mit Hühnerbouillon und Weisswein angiessen. Nach knapp 20 Minuten kalte Ankenwürfelchen und Parmesan drunter rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Um ein wenig Zeit zu sparen, habe ich den Gamambert schon in Scheiben geschnitten. Die einen in Baumnüsse, die anderen in Paprika. Die dritte in Peterli wenden und ein Teil Natur lassen. Jetzt die vierfarbigen Gamambert-Scheiben sternförmig auf dem Steinpilz-Risotto anrichten und mit einer Tomatenrose garnieren. Wenn Sie das Jubiläumsrezept am nächsten Sonntag ausprobieren möchten, finden Sie die genauen Angaben wie immer im Aktionsinserat in der Coop-Zeitung und wer es hat auf dem Internet. Weissschimmelkäse wie der Bergamombert reifen übrigens von aussen nach innen. Je leichter der Käse dem Fingerdruck nachgibt, desto reifer und rezenter ist er. Und wie jeder Käse sollte man mindestens eine Stunde vor dem Geniessen aus dem Kühlschrank nehmen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und alles, was wir Ihnen aus dem vielseitigen Möbelkatalog zeigen, ist platzsparend verpackt und jederzeit mitnahmebereit. In kurzer Zeit montieren Sie problemlos mit diesen Einzelteilen einen robusten und bequemen Stuhl für jeden Wohnbereich und für härteste Beanspruchung. Das Resultat sind diese Polsterstühle in Kiefermassiv oder Esche-Schwarz- und Rustikal für nur 139 Franken. Auch bei der Buchenausführung für 159 Franken garantieren wir für höchste Qualität. Passend dazu liegen jetzt in allen Coop-Top-Tipp-Ausstellungen die farbigen Milieu-Teppich zum Preis von 75 Franken parat. Neben dem Bergammerberg gibt es diese Woche bei uns natürlich noch weitere Aktionen zum Sparen. Machen Sie doch wieder den Preisvergleich. Weisse Spargelen aus Spanien kosten per Kilo nur 6,80. Und die Albani Mozzarella aus Italien kommen Sie über im Trio für 5,60. Auch diese Woche haben wir einen Preisabschlag. Instant Ice-Tea im 100-Gramm-Beutel kostet ab sofort nur noch 85 Franken. Der Küchenchef im Coop-Restaurant verwöhnt Sie diese Woche mit einem Königin-Pastettli, mit Pommes frites und Erbsli und das für weniger als 10 Franken. Und jetzt noch ein Tipp für den Osterhas. Zukünftige Rennfahrerinnen und Rennfahrer würden sich bestimmt über den Super Racing Truck mit zwei schnellen Rennwagen und viel Zubehör freuen. Kostet übrigens nur 17 Franken. Das wäre es gewesen für heute. Allen eine wunderschöne Oster, viele Überraschungen, bunte Eile und süße Häsli. Drei-Gramm-Beutel Drei-Gramm-Beutel Untertitelung des ZDF, 2020